Ich mache einen kleinen Rundgang bei der Galerie Eigenart und der Norbert Hester stellt hier seine Fotos aus mit dem Thema Anmut. Norbert Hest zeigt hier Farbfotos. Seine große Leidenschaft sind ja eigentlich eher die Schwarz-Weiß-Fotos, Schwarz-Weiß-Fotografie. Und ein Ansinnen hier ist eben klassische Fotos vorzubringen, die eine zeitlose Wirkung haben. Die Fotos sind entstanden in der Nähe von Berlin, dem Ort Belitz, in verschiedenen Gebäuden, weil es sich immer um das selbe Model handelt. Das Format der ausgestellten Fotos beträgt meistens 40x50 Zentimeter. Es gibt auch größere Formate wie 70x100 oder 100x140 Zentimeter. Das Format der ausgestellten Fotos beträgt meistens 40x50 Zentimeter. Das Format der ausgestellten Fotos beträgt meistens 50x50 Zentimeter. Vielen Dank.